Ich fasse mich kurz, mein Partner PicoKies, Rabatt auf den Bangraboogie-Emote mit dem Code IRONMAN. Während im Checkout einfach eingeben, ihr bekommt 5€ Rabatt. Ihr könnt auch mit Paysafe-Karte bezahlen. Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir auf jeden Fall über das Live-Event reden, welches wir jetzt demnächst erhalten werden. Doch bevor es damit losgeht, Freunde, vergisst nicht, morgen ist es soweit, der letzte Tag für den Bangraboogie-Emote, um den günstiger zu bekommen mit dem Code IRONMAN. Also checkt meinen Partner PicoKies ab. Alles 100% safe. Link unter der Videobeschreibung. Fangen wir aber jetzt mit dem Thema des Videos an. Und zwar geht es hierbei um sozusagen die Spawn-Insel, die ja eigentlich bei uns nicht mehr existiert. Die Spawn-Insel gibt es ja nicht mehr. Dafür, Freunde, haben wir diesen Carrier. Und dieser Carrier ist halt von Marvel, beziehungsweise von den Avengers oder sonst was oder was weiß ich. Also so genau kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus. Aber auf jeden Fall hat der hier auf jeden Fall etwas mit der Story zu tun. Leider, Freunde, wie gesagt, ist das Ganze jetzt hier nicht komplett geladen, weil ich ja schon raus aus der Spawn-Insel bin. Und wenn man halt in diesem Menü ist, kann man das nicht in Full HD sehen oder dahin gehen. Aber nun gut, das erfüllt auf jeden Fall full seinen Zweck. Und zwar werden wir darüber reden, was jetzt mit Galactus passiert und was auf uns zukommt. Denn es wird zu wild. Ich erkläre euch mal, was hier alles geschehen soll. Also, Freunde, das ist ja jetzt hier ingame. Und das ist ein riesengroßes Kriegsschiff, was fliegen kann. Plus obendrauf sind so Düsenjets und, und, und. Die ganzen Jets, das sind ja auch die, die dann hier an den blauen Markierungen unter anderem auch landen. Und die sind eigentlich auch gut bewaffnet. Nur das Ding ist jetzt, dass dieses Schiff hier hinten sich langsam bewegen wird in Richtung Authority. Also dort, wo ich gerade war. Außerdem ist euch ja bewusst, dass irgendwo hier Galactus als Stern zu sehen ist. Bei mir jetzt in dem Fall nicht, da sind zu viele Wolken. Aber das Ding ist, Freunde, Galactus wird jetzt mit dem nächsten Update besser zu sehen sein. Wenn man dann auch dort im Kinomodus dann dahin zoomt, wird man auch sein Gesicht und so weiter und so fort erkennen können. Und das Ding ist, dass dieses Schiff jetzt sich auf den Weg macht, um hier direkt über der Authority zu stehen. Also genau hier rüber. Und dann wird von hier oben und von hier unten etwas passieren. Und ich denke mal, also was ich mir gut vorstellen kann, ihr wisst ja vorne, dass unsere Fortnite-Map sehr krass geladen ist mit irgendeiner Energie. Und das ist höchstwahrscheinlich die Energie, die diese Kugel erzeugt hat, die uns ja die Portale geöffnet hat, um auch beispielsweise in den Nexus reinzukommen. Und genau dieser Ball, der hier unten drunter höchstwahrscheinlich ist, der wird, denke ich mal, in Verbindung mit dem Schiff benutzt, um enorm viel Energie aufzuwenden, um dann sozusagen Galactus zu stoppen. Allein, was schon Iron Man hier drüben alles verrichtet hat, ist heftig. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Schiff da hinten und hier eine enorm große Sache entstehen wird. Das Schiff wird eineinhalb Kilometer über der Luft sein, also enorm hoch, um genau zu sein. Und das wird, denke ich mal, dauern bis zu der Woche 7 in Fortnite. Und wir sind ja nächste Woche schon in der Woche 4, könnte man sagen. Und dann fehlen uns halt nur noch 3 Wochen. Das wird sich, wie gesagt, langsam hier rüber bewegen. Ich glaube sogar, dass man das dann nicht benutzen kann. Also man kann sozusagen den Carrier nicht nutzen ingame. Das bedeutet, man kann nicht irgendwie einen Riss nutzen und damit durch die Gegend schweben oder so. Das wird höchstwahrscheinlich nicht möglich sein. Aber wenn man den während den Runden betreten könnte, wäre das meiner Meinung nach mega cool. Man hätte auch ein bisschen Loot, also würde ich auf jeden Fall feiern. Aber ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Also, Freunde, wie gesagt, der wird jetzt langsam, 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 langsam kommen. Wird jetzt direkt hier drüber stehen. Und wie gesagt, ich denke, dass die diese Energie von dem Boden benutzen werden, um damit dann Galactus aufzuhalten, weil Galactus wird sich hier auf diese Karte komplett stürzen und eventuell so eine heftige Landung durchführen oder so. Oder es wird etwas noch Crazieres passieren. Aber ich weiß es leider Gottes noch nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Bild für euch am Start, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Das bedeutet, wenn alles komplett fertig ist, und das könnt ihr gerade hier mit rund erkennen, der Carrier ist schon enorm weit oben in der Luft. So können wir noch nicht mal mit unserer Kamera hochgehen. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr interessant und sehr heftig. Und ich freue mich schon darauf, was da alles passieren wird. Denn ich denke mal, dass das hier eine richtig, richtig interessante Season sein wird. Vor allem mit den Marvel-Charakteren. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall auch ein richtig nice Live-Event bekommen werden. Aber das steht natürlich noch nicht zur Debatte. Ich denke mal, dass das Ganze auf jeden Fall rauskommen wird. Ob es noch Map-Veränderungen geben wird? Ich denke eher nicht. Aber das wird sich dann mit der Zeit noch schon zeigen. Aber so weit, wie die Map-Veränderungen bislang sind, finde ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Freunde, aus den Ingame-Dateilen wurde herausgefunden, dass Frenzy Farms darunter nicht mehr existiert. Leider kann ich jetzt hier nicht rein oder so, um es euch zu zeigen. Aber Frenzy Farm existiert unter dieser Tony Stark-Insel nicht mehr. Das bedeutet, auch nach dem Live-Event, wird Frenzy Farm nicht zurückkehren. Das bedeutet für uns, dass eventuell Frenzy Farm gar nicht mehr reinkommen wird. Gehen wir mal davon aus, dass die Insel hier weggeht. Vielleicht kommt dann andere Orte hin. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Iron Man ist hier auf jeden Fall auch schon am Planen und am Arbeiten. Die Autos sind ja bereits schon geupgradet worden. Ich denke mal, dass hier auf jeden noch ein paar coole Features erstellt werden, beziehungsweise entwickelt werden, weil Iron Man hat schon böse drauf. Und ich denke mal, dass wir da coole Superhelden-Waffen bekommen werden. Ich hoffe auch auf jeden Fall, dass wir beispielsweise andere Superhelden in den Shop kriegen und sie dann so freischalten können, wie beispielsweise unter anderem Venom. Würde ich unnormal feiern. Wäre auf jeden Fall ein richtig nicer Skin. Deswegen einfach mal abwarten und eventuell, also was ich so gehört habe, was vielleicht passieren könnte, wie ihr vielleicht wisst, vielleicht aber auch nicht, aber ich erkläre euch das Ganze genau mal. Spider-Man ist aktuell für die PlayStation 4 exklusiv. Das bedeutet, es besteht eine Möglichkeit, dass ein PS-Plus-Paket rauskommt für Fortnite, wo wir eventuell Spider-Man oder Venom In-Game erhalten. Weil sowohl Spider-Man als auch Venom sind Sony-Besitz. Das bedeutet, die können das Ganze so kooperieren, dass es als PS-Plus-Paket ins Spiel reinkommt, was mega, mega heftig wäre. Aber das wird sich alles noch herausstellen. Ich bin auf jeden Fall des Weiteren so gespannt. Wie ich schon gesagt habe, der Carrier wird sich langsam hierher bewegen zur Authority. Authority hat ja auch komischerweise keine Mauern mehr drumherum. Das liegt daran, dass das vielleicht irgendwie geändert wird. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass die Fortnite-Charaktere und die Marvel-Charaktere zusammenarbeiten werden, um Galactus zu stoppen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass mit der Energie, die da unten drin ist, diese ganzen Roboter hier wiederhergestellt werden, beziehungsweise zum Leben erweckt werden, um dann sozusagen gegen Galactus zu kämpfen und den zu trotzen. Was auch auf jeden Fall auf uns zukommen wird, ist Folgendes. Und zwar wird Galactus noch weitere Drohnen und Helfer mitbringen. Das bedeutet, wir werden hier auf jeden Fall eine richtig, richtig heftige Kampfsession haben, die wir dann demnächst erhalten und sehen werden. Und ja, Freunde, im Großen und Ganzen soll es dann aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Eure Meinungen natürlich gerne unten in die Kommentare. Lasst mich gerne mal wissen, wie ihr darüber denkt. Würde mich mega freuen. Und ansonsten würde ich dann eigentlich auch schon sagen, dass es hier mit dem Video gewesen sein sollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.